Ich bin kein toller Kommissar aus dem tollen Westen, der den Helden spielen will. Das ist jetzt ein freies Land, ja? Demokratie, Pressefreiheit, schon mal gehört? Ja, morgen wieder. Wo wurden die Mädchen das letzte Mal gesehen? Ich hab gehört, sie holen weg von hier. Wie vorhin? Einfach weg. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als die eigenen Kinder zu beerdigen. Wir sind hier, um ihre Töchter zu finden. Doch was? Niemand interessiert sie für meine Mädchen. Was ist passiert, sagst du? Ich mag deine Methoden nicht. Ohne diese Methoden hätten mich nicht geknackt. Weiß deine Mutter, was du da treibst im Jagdhaus. So, jetzt macht euer Maul auf. Was ist das? Die Mutter, was du da treibst im Jagdhaus? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020